Die Kahl war damals so bedeutend wie die heutigen Metropolen London, Paris, New York. Wir sind eine unruhige Spezies. Wir blicken immer auf die andere Seite. Du bist Teil der Geschichte. Davon kannst du deinen Kindern und Enkeln erzählen. Die Geschichte der 737 Max wird ohne Frage ein Wendepunkt in der Luftfahrt. Ein unglaubliches Gefühl für uns alle.